Erich der Erpel hat es sich zur Aufgabe gemacht in seiner Reiseagentur sämtliche Reisen und Kilometer für Zugvögel zu planen. Und dazu muss er unglaublich gut schriftlich multiplizieren können. Mit Hilfe der schriftlichen Multiplikation kann er zum Beispiel die Gesamtkilometer einer Reise berechnen. Für einen Schwarm Vögel hat er 3758 Kilometer in vier Etappen geplant. Um die ungefähre Kilometeranzahl zu wissen, kann er dies zunächst schätzen, indem er besonders geschickt rundet. So rundet er 3758 auf 4000. 4000 mal 4 sind 16.000. Also weiß er, Erich, dass die Vögel insgesamt ungefähr 16.000 Kilometer zurücklegen müssen. Will er jedoch die genaue Kilometerzahl wissen, muss er schriftlich multiplizieren. Dabei rechnen wir stellenweise. Hier also 3000 plus 700 plus 50 plus 8. Jeder Summand wird vor der Addition mit 4 multipliziert. Beim schriftlichen Multiplizieren schreiben wir die Zahlen so nebeneinander und beginnen bei der einer Stelle. Rechnen also zunächst 4 mal 8. Das sind 32. Wir schreiben die 2 direkt unter die 4 und merken uns die 3 für die 10er. Dies nennt man einen Übertrag. Den kennst du ja schon aus der schriftlichen Addition und Subtraktion. Machen wir mit der nächsten Stelle weiter. 4 mal 5 sind 20. Jetzt dürfen wir die gemerkte 3 natürlich nicht vergessen und addieren sie. Wir erhalten 23. Wir merken uns also eine 2 bei den Hundertern und notieren die 3 im Ergebnis. Rechnen wir weiter bei den Hundertern. 4 mal 7 sind 28. 28 plus 2 sind 30. Wir schreiben hier also eine 0 hin und merken uns 3. Bei der Tausenderstelle rechnen wir 4 mal 3. Das sind 12. Addieren wir den Übertrag 3, so erhalten wir 15. Da dies die letzte Stelle ist, mit der wir in dieser Rechnung gerechnet haben, können wir hier die 15 direkt notieren. Als das ist schön sportlich diese Zugvögel, oder? Bei so einer Reise muss natürlich auch eine gewisse Menge an Proviant eingepackt werden. Und zwar pro Vogel 1493 Gramm. In diesem Schwarm sind 78 Vögel. Um die Gesamtanzahl an Futter auszurechnen, können wir wieder schriftlich multiplizieren. Aber lass uns doch zunächst einmal schätzen. 1.500 mal 80 sind 120.000. Beim schriftlichen Multiplizieren rechnen wir wieder stellenweise. Teilen wir hier die Faktoren in ihre Stellen auf, so wäre dies also 1.000 plus 400 plus 90 plus 3 mal 70 plus 8. Wie du siehst, haben wir diesmal auch im zweiten Faktor mehr als eine Stelle. Wir beginnen mit der 10er Stelle. Wir rechnen also 7 mal 3. Das sind 21. Wir schreiben eine 1 ins Ergebnis und merken uns eine 2. Hierbei ist es wichtig, dass wir die erste Zahl des Ergebnisses direkt unter die Stelle schreiben, mit der wir rechnen. Machen wir weiter. 7 mal 9 sind 63. Addieren wir den Übertrag von 2, so erhalten wir 65. Wir notieren eine 5 und merken uns eine 6. 7 mal 4 sind 28. Und 28 plus 6 sind 34. Wir notieren die 4 und merken uns eine 3. Nun rechnen wir 7 mal 1 plus 3. Das sind 10. Und da dies die letzte Stelle im ersten Faktor war, können wir die 10 direkt notieren. Nun haben wir im zweiten Faktor noch die 8 stehen, mit der wir ebenfalls multiplizieren müssen. Hier gehen wir mit demselben Muster vor. Wir beginnen also mit 8 mal 3 und erhalten 24. Notieren die 4 also hier und merken uns eine 2. Auch hier ist es wichtig, die Ziffer direkt unter der einer Stelle zu notieren. Berechnen wir die weiteren Stellen, so haben wir für diese Stelle das Ergebnis 11.944. Als letzten Schritt müssen wir nun die beiden Ergebnisse der Stellen noch addieren und erhalten so das Endergebnis. Die Vögel müssen also insgesamt 116.454 Gramm Futter einpacken. Während Erich auf seinen nächsten Kunden wartet, fassen wir zusammen. Bei der schriftlichen Multiplikation können wir zunächst das Ergebnis schätzen, indem wir die Zahlen geschickt runden. Dann rechnen wir stellenweise. Dabei achten wir darauf, dass wir die letzte Ziffer des Ergebnisses unter die Stelle schreiben, mit der wir rechnen. Wir können uns Überträge merken, indem wir sie notieren. Haben wir im zweiten Faktor mehrere Stellen, so addieren wir die Ergebnisse am Ende zusammen und erhalten das Endergebnis. Sieht so aus, als hätte Erich nun einen ganz besonderen Kunden. Zum Glück hat er für diesen ein ganz individuelles Angebot parat.